Warten wir mal kurz wieder. Also das da ist glaube ich ein Geist und das da ist ein Geist. Wenn sie keine Krone haben, versuche ich nochmal Untote vertreiben. Vielleicht geht das ja. Ah. Wird ein bisschen dauern. Der Geist kommt schon durch. Und es ist ein düster Gespenst. Ich darf nicht zu weit nach hinten. Sonst falle ich in die Falle. Äh, sonst gehe ich in die Falle. Vielleicht bin ich sowas schon drauf. Ich höre da irgendwas. Und es ist ein braz. Ja. Ich öre. Ich höre das. Ich öre. Ach der lebt, der lebt noch, er ist nur nichts beim Kampf mit uns. Das ist auch ein düster Gespenst. Das ist auch ein düsteres Gespenst. Das ist auch ein düsteres Gespenst, das ist auch ein düsteres Gespenst. 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 Da unten ist wieder ein Geist. Das ist auch ein düsteres Gespenst. Ich glaube, wir können einfach durchgehen dann, sobald die Tür mal offen ist. Ja, wir konnten einfach durchgehen. Auch ein düster Gespenst. Das ist auch ein düsteres Gespenst. Und hier haben wir die Gaskammern so ungefähr. Müsste noch irgendwo ein Pfeil sein da. Und steilende Stufen gibt es hier. Wir machen hier einfach mal auf, Leute. Und dann sehen wir uns um. Da gibt es die Stufen nach oben. Dann gehen wir da mal nach oben. Da gibt es einen Schalter. Dann drücken wir ihn. Und weil das jetzt bestimmt dauert. Egal ob da jetzt eine versteckte Tür aufgemacht wird. Oder die Treppen nach oben gehen. Gehen wir einfach schon mal den Weg da nach. Nach oben. Zumindest glaube ich, dass er nach oben geht. Ja. Ah, da geht es zurück. Also die Steintüren scheinen sich noch überhaupt nicht bewegt zu haben. Steintreppen meine ich. Die hier auch noch gar nicht. Der Schalter hat also offenbar nicht die Treppen betätigt. Was dann? Der Schalter ist noch nicht mal richtig gedrückt. Ah, jetzt gehen die Treppen nach oben. Aufzug bitte. Dann halt so. Schieb den Block. Legs. Das stimmt. Was ist das? Ja, Schleichangriff für den da. Und den da. Au. Wow, nochmal darf ich mich nicht treffen lassen, dann bin ich tot. Jetzt kommt er eh erstmal nicht mehr hierher. Halten wir uns mal. Oh, das sind noch mehr Gegner. Ja, irgendwann kommt er schon wieder in diese Richtung. Ist das eigentlich jetzt schon... Aha. Ein Eilein, uralter Elfenheim, Leute. Das ist dann einfach noch einer, Leute. Und da oben ist noch einer. Wir wurden also von hinten und von vorne von je zwei Lichts, glaube ich, bedrängt. In der Ecke getrieben. Kraft, wir den da oben machen. Toll. Der geht mir auf die Nerven. Und der ist tot. Ich sehe nichts mehr. Okay. Ich sehe nichts mehr. Ein Licht, der mal nichts beschwört, Leute. So, wir haben es geschafft. Das scheinen alle gewesen zu sein. Es waren Lichts, ja. Schon ziemlich heftig, von vier Lichts umkreist zu werden. Ich glaube, das würde so ziemlich jeden eigentlich umbringen. Was ist denn der andere? Habe ich den hier hinten getötet? Nee, oder? Hä? Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ah! So, aber ich glaube, jetzt haben wir alles. Nein, da gab es noch einen Geheimgang. Der noch nicht mehr ganz unten ist. Kriegsext, Täusch und Gletscher waren allgemeiner Sinnstand ohne Seele und 579 Gold. Start der Demoralisierung, Goldene Halskette und 722 Gold. Hier ist nichts, aber ich höre ein Gespenst. Wieder ein düster Gespenst. Gespenste zu leben ist das blödeste, was man machen könnte. Oder was passieren könnte. Ah, Lehmung ist befreit. Hat mich trotzdem erwischt. Jetzt ist es weg. Da. Erwischt. Einer meiner Pfeile. Noch einer. Hier ist der Gespenst. Viele Pfeile. So, gehen schon runter. Wo tauchen wir hier auf? Und gehen nur die auf oder die links und rechts auch? Da liegt eine Leiche, da waren wir schon mal. Ah, jetzt sind wir wieder am Anfang. Und haben jetzt aber alles durch. Das heißt, falls man keine Dieterich hat, um hier durchzukommen, um den anderen Durchgang zu öffnen, hat man hier jetzt sozusagen nochmal die Möglichkeit, normal rauszukommen mit einer kleinen Abkürzung. Au. Aber ich möchte da oben raus. Da ist bestimmt dann auch irgendetwas, das wir kriegen. Nebenwesen sehe ich, oder Gegner sehe ich hier nicht. Uh. Schön. Basisring der Stürme, Dieteranschuhe, Goldsophierring, Feuerball. Allgemeiner Sehnschern ohne Seele und 627 Gold. 82 Gold. Claymore des Feuers. Großer Sehnschern ohne Seele und 8 Gold. Und jetzt? Gibt es hier keinen Ausgang? Doch, hier müsste es einen Ausgang geben. Hier ist das verbunden. Da sind wir dann. Hier ist die Säule. Das ist hier irgendwie verbunden. Hm. Da vorne ist einer von den beiden. Hm. Okay, also hier ist offenbar nur ein Schatzraum, Leute. Wer nicht? Na gut. Müssen wir doch mit einem anderen Weg raus. Also über den normalen Weg. Keine 10 gestohlenen Fackeln haben wir mehr. Das finde ich toll. So, also dann hier raus. Falsche Richtung. So. Kurz noch reparieren. Mal sehen, ob der Elfenhelm dann auch dabei ist. Ja, uralter Elfenhelm. Hat 5 Rüstungspunkte, Leute. Und wiegt nichts. Das ist jetzt so leicht eine Rüstung. Schönen Tag. Schönen Tag. Okay, der hilft uns nicht mehr weiter. Wohl. Wir können ja jetzt wieder unseren Dremora beschwören. Ist was? Ich möchte hier mal eben speichern. Da, aber jetzt durch den Dremor beschwören. Okay, dann rede ich erst mit dir und dann speichere ich. Was habt ihr denn da? Das sieht bedeutend aus, was immer es auch sein mag. Ich glaube, ihr habt tatsächlich etwas Bedeutendes gefunden. Ihr bringt das am besten so bald wie möglich zu Irlav in die Kaiserstadt. Er wird es sicher von den Magiern dort genauer untersuchen lassen wollen. Okay, Gerüchte. Wer für seine guten Taten berühmt ist, empfängt am Wegschrein von Julianos den Segen der Intelligenz und der Magie. Cool. Welch eine Vergeudung meiner Talente. Ja, sagst du jedes Mal. So. Wir lesen nochmal kurz. Ich muss Irlav Jarol das Latte-Fakt überbringen. Und das wird aber zuvor gespeichert. Uh, es gab noch nicht mal einen automatischen Spielstand. Wir müssen also alles neu machen. Äh, wir gehen draus und speichern draussen. Damit wir für die Sicherheit nochmal einen automatischen Spielstand auch noch hätten. So, aber schön ist das hier. Gut, speichern. Ja, hat gut geklappt. Dann zur geheimen Universität. Ah ja, ich muss jetzt zu dem einen Typen. Der schon wieder da drin ist. Aber ich darf da doch nicht hoch. Ihr habt die Hände eines Haares. So, hier waren die Gemächer, oder? Genau. Nachts schläft er ja hier drin. Die warten also einfach, bis er hier ist. Da ist jetzt die Karanja da. Aber wir warten hier in der Ecke. So, und zwar bis 20 Uhr wieder. Sind 14 Stunden. Letztes Mal war er ja auch dann um diese Zeit ungefähr hier dann. Und hat geschlafen. Und dann... ... ...